Und damit auch zurück mit Folge 80. Ja, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben so einen Quarzmeißel hergestellt. Wir haben vier Generatoren mit Trichtern hierhin geballert noch, damit wir ein bisschen mehr Energie auf YuYuMeta bekommen. Wow, 33% Fortschritt. Hey, wir können gleich unsere erste YuYuMeta feiern. Und wenn das dann soweit ist, dann kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr Strom und sowas. Aber erstmal können wir CPU schon mal herstellen. Ich schmeiß jetzt hier noch ein bisschen mehr Material raus. Wie gesagt, 14 Stück brauchen wir da vielleicht. Dann machen wir gleich 20. Also viel, gar nicht so viel. Woodstone habe ich keine mit. Was brauchen wir denn noch dafür? Woodstone, Diamanten und Silizium. Das Silizium habe ich nicht hier. Da ist es. Und Woodstone brauchen wir noch ein bisschen. 14 Stück. Zack, zack, zack. Und zack, 15 Stück. Die kann ich eigentlich direkt hier in den Ofen reinpfeffern. Nehmen wir hier so ein Stück Ding. Geht da rein. Und geht brennen. Burn, burn, burn. Burn, 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 burn. So, und schauen wir mal hinten, wie es weiterläuft. Läuft es denn da noch? Ich sehe es nicht. Es läuft noch. Da sehe ich noch die Blätter runterrieseln. Also läuft es noch. Zack. Läuft nicht mehr lange, weil die Energie ist auch gleich schon wieder verbraucht hier. Und zu viel Holz haben wir schon wieder. Oh, hier ist ein Baum gewachsen. Wie sieht es hier aus? Bevor wir wieder so ein halbes Deck rausnehmen. Kann ja nie schaden. Und Blub. Ja, die neun Stück. Die können ja hier reingeschmissen werden wieder. Dann mach mal. Dann gehe ich da hinten hin wieder. Gucke, wie weit das da hinten am Laufen ist. Da habe ich ja, glaube ich, Wetstone reingeschmissen. Genau. Wetstone. Dann können die Maschinen auch wieder aufgeladen werden. Und dann pumpt der jetzt unnötig Energie eigentlich. Aber das ist eigentlich definitiv zu wenig für dieses bisschen Dampf, was da rauskommt. Das ist ja gar nichts. Hier ist alles okay. Und hier hat er auch alles verbraucht. Ja. Gut. Die verbraucht jetzt irgendwo eine Wallachai. Weiß ich auch nicht genau, wohin damit. Soll mich auch nicht kümmern. Soll ruhig weiterlaufen. Ist auch peng. Das ist peng. Das linke ist ein bisschen besser, dass das läuft. Sind wir dann soweit fertig. Ja. Und hier läuft Wasser. Ja, gut. Ist ja, glaube ich, nur hier raus. Ist ja gar nicht so schlimm. Okay, ihr seid hier gerade. Dann machen wir weiter. Machen wir jetzt hier ein paar Löcher immer rein. Und dann kann ich vielleicht später da die Maschine noch packen. Und dann soll es laufen. Sonst wird es ja auch nicht hier mit mir. Das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Die habe ich jetzt. Die sind unten am Brennen. Das habe ich jetzt ein Stück. Boah, Eisen. Klostein-Last. Habe ich das dann irgendwo Eisen. Habe ich auf jeden Fall. Das habe ich hier. Und dann brauche ich jetzt Klostein-Last. Da habe ich Klostein-Last einmal. Hätte noch mehr da. Das brauchen wir jetzt. Und zwar in welcher Anordnung? In der. Die so. 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 Und so. Zack, danke schön. Autogramme gibt es später. Weil die können wir nämlich schon mal reinzwiebeln. Go, go, go. Go, 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 go. Das vom Texture-Pack sieht nämlich ein bisschen besser aus. Als das vorherige immer. Die schönen CPUs gesichtet hier. So. Dann machen wir die Dinger hier hin. Und das da hin. Und dann kommen die zwei Prozessoren hier noch hin. Oh, wie heißen denn die? Schablonen oder so? Schablonen. Schablonen. Was ist die hier? Schablonen kann man? Oh, Matrix. Und noch Speicherzelle auch noch. Meine Güte. Umrechnungs- Ja. Ich sehe schon. Das ist wieder scheißen teuer. Was kostet denn die? Speicherzelle. Die kostet auch nochmal so ein Ding. Okay. Teuer. Definitiv alles teuer. Überleg. Wenn ich spiele das Greg-Tag-Spiel. Dann hätte ich in Folge 100 noch nicht mal ein Drill oder sowas. Ah, nehmen wir Silizium. Das nehmen wir wieder runter. Dann brauchen wir, äh, das nehmen wir vielleicht noch mit. Und Whidstone brauche ich noch. Zack, zack. Eisen brauche ich noch. Diamanten vielleicht noch. Die könnte ich auch noch gebrauchen. Die kann ich noch ein Stick runternehmen. Machen wir das mal eben. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war. War das die Umrechnung Matrix? Ah, da muss ich an den Ofen hier. Dankeschön. Das war jetzt die Umrechnung Matrix, ne? Genau. Erstmal die Speicherzelle. Einmal die Speicherzelle. Ich muss noch nicht auch zwei herstellen. So, äh. Also das sind Basic. Ach, das ist mit Gold. Okay. Das sind schon mal die falschen. Das sind Basics. Nur hier sind große, okay. Dann muss ich die mit Gold herstellen. Kein Problem. Habe ich auch da. Dann machen wir, pfff. Dann machen wir 16 Stück. So. Ähm. Jetzt sind wir Kohle. Du brennst da. Du brennst da. Ich brauche nämlich welche. Mach mal schneller. Tauschautomat. Ja. In der Zeit kann ich mal gucken, wie weit das da läuft. Wie viel ist hier drin denn wieder? Ja. Läuft. Oh, wir haben gleich ein Juni-Meta. Wey. Wie weit ist es da hinten? Ich glaube, da hinten ist Ende. Ende Gelände. Müssen wir mal schauen. Läuft noch? Nein, läuft nicht mehr. Ah, Crashett Hammer. Zack. Abnehmen. Danke. Dann tauschen wir die beiden wieder. Das ist immer ganz lustig, wenn die getauscht werden hier. Ich brauche halt Energie. Ich muss hier die irgendwo herholen. Ob ich die jetzt durch Kohle oder durch Holz irgendwie hinbekomme. Brauchen tu ich sie ja. Wie viel hast du denn noch? Dann würde ich sagen, her damit. Dann macht Rudi Mav wieder voll und macht das auch mal wieder voll. Ein bisschen. Wie viel ich halt schaffe. Dann muss ich wieder ein Stack davon rausnehmen und das hinten reinschmeißen. Ach, ist das kompliziert. Nehmen wir mal hier ins Deck noch raus. Und schmeißen das in die Generatoren rein. Weil die sind ja auch fast wieder voll. Die Kisten. Ja, das ist ja auch noch am Betrieb. Oh. Oh. Egal. Tun wir erst mal hier 16 Stück rein. Da können ja zwei Stacks rein. Meine Güte. Ja gut, das verpfeffert der auf jeden Fall. Ganz schnell durch. Das ist keine Frage. Dann müssen da gleich zwei Stacks jeweils rein. Vielleicht sogar fast schon drei. Wenn ich jetzt hier jetzt einmal arbeite. Brauche ich noch einen Moment. Ohne Momentus. So. Umrechnung Matrix. Eins. Da brauchen wir jeweils zwei Stück von. Vier da hin. Da kommen welche hin. Da kommen welche hin. Das ist jetzt Eisen. So. Dann können wir nur vier Stück machen. So. Das habe ich schon. Und dann brauche ich hier so eine Speicherzelle. Vier, vier. Vier, eins oder drei, vier. Eins oder drei, eins oder drei, vier. Da brauche ich nur zwei von. Eins oder drei. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Da brauche ich nur zwei von. Jetzt brauche ich zwei Workbenches. Einmal. Zweimal. Zwei Dinger, da in der Mitte. Das sind bestimmt Grundbasics gewesen. Ne. Passt. Das läuft. Nein. Hör damit. Ich habe kein Magnet an. Das ist das Problem da. Kann es mal passieren, dass ich nicht das sehe, wo ich das aufnehmen kann. Aber sonst hat alles klappt. Das kam wieder hier rein. Du musst hier mein Inventar wieder zurück. Dankeschön, Dankeschön. Ich muss nämlich noch Holz reinschmeißen. Die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Aber wir machen das eben noch zu Ende. Das machen wir eben noch zu Ende. Sonst komme ich da gar nicht mehr voran mit. Und... Zack, zack. Und... So, jetzt müsste es eigentlich klappen. Wow, geil. Es läuft. Das sitzt schon mal das System. Gut. Und dann würde ich sagen, ich stehe mich jetzt vorwett. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und... Tschüss. So, jetzt...